Wenn heute der bundesweite Lockdown in Kraft tritt, sind auch die Ämter und Dienststellen der Stadt Wien verpflichtet, den persönlichen Parteienverkehr auf das Nötigste zu reduzieren. Amtswege und persönliche Termine werden nur in unaufschiebbaren, dringenden Fällen vorgenommen. Dringende, unaufschiebbare Fälle treten dann ein, wenn Personen als Voraussetzung für die Inanspruchnahme von Leistungen diverser Stellen wie Banken, Post, Versicherungen, gültige Ausweise und Unterlagen benötigen und zur Erneuerung der Gültigkeit, zum Beispiel beim Personalausweis, zur Identifizierung persönlich bei der Behörde erscheinen müssen. Dringend und unaufschiebbar heißt auch, wenn die Erledigung des Amtsweges nicht auf einen späteren Zeitpunkt, also nach dem Lockdown, verschoben werden kann. Wichtige Leistungen aus den Bereichen Gesundheit, Meldewesen, Soziales, Nothilfeangebote oder Termine, die gesetzlich verpflichtend sind, bleiben aufrecht. Der Großteil der Anträge kann in Wien bereits online erledigt werden. Infos gibt es auf wien.gv.at. Zusätzlich lässt sich auch vieles über einen Anruf in der zuständigen Magistratsabteilung erledigen. Nicht jede Frage muss mit persönlichem Erscheinen gekoppelt sein. Wer sich nicht sicher ist, ob er persönlich erscheinen muss, soll sich vorab telefonisch bei der zuständigen Stelle erkundigen. Die Stadt Wien empfiehlt dringend, sich vor jedem persönlichen Termin testen zu lassen. In allen Ämtern und Dienststellen der Stadt Wien gilt strikte FFP2-Maskenpflicht.